Das alles kann die Geburtsterminfunktion von Zyklotest MyPlan. Zyklotest MyPlan hat sowohl einen Geburtsterminrechner als auch einen Geburtsterminplaner. Der Geburtsterminrechner berechnet Ihnen den wahrscheinlichen Befruchtungstermin und den voraussichtlichen Geburtstermin. Im Geburtsterminplaner können Sie Ihren Wunschgeburtstermin eingeben. Der Geburtsterminplaner berechnet Ihnen dann den passenden Zeitpunkt für die Befruchtung. Untertitelung des ZDF, 2020